ich könnte tatsächlich hinhauen ja da runterspringen würde ich jetzt eher nicht da laufe ich doch lieber bevor ich da runterspringen und gerade noch sterbe das wäre natürlich ein bisschen blöd man muss ja auch nicht ganz runterlaufen man kommt ja auch hier raus von daher das ist kein Problem ja gut wo sind sie hingelaufen ah da ist eine tür auf wo ist mein Ziel das Ziel ist da drüben Moment oh ha glücksschuss oh ja schöne explosion sollte man nachladen bei zehn kugeln ist auch mal angebracht warum auch immer der noch nicht gefeuert hatte so jetzt tut mein ohr grad ein bisschen weh da muss ich grad mal merkwürdig wieso tut einem immer das ohr weh wenn man gerade irgendwas am machen ist und wo bleibt eigentlich meine unterstützung und wo ist dieser kerl das ist ja unter mir ist das eine Bunkeranlage eine tiefgehende Bunkeranlage ich bräuchte granaten ich bräuchte definitiv granaten oh da ist noch leben bei dem brauche ich gerade nicht ich brauche ich brauche das hatte ich hier nicht sowas wie granaten gesehen gehabt irgendwo hier waren noch pakete mit granaten munition da träume ich jetzt hey da steht ja einer was zur Hölle war das denn bitte wir hatten da auf mich geschossen da waren Gegner eingezeichnet aber ich hab keinen gesehen und der andere hm ok ich starte hier alles klar unterstützung hm 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 da haben wir noch einen gegner der ist irgendwo 10 Sekunden 10 Sekunden hat nicht viel getracht ich habe nicht viel getracht ah oh hm Ok. So. Soll sein blöder Kopf da mal wegheben? Nell das. ich brauche munition kriegt hier was an munition aber auch nicht so viel muss ich gucken die jungs sind gestorben da könnte ja noch was liegen aber anscheinend ja weniger so ein horst seiner mg oder was eine sekunde wieso zielt mal auf ihn da drückt man ab und was macht er er dreht sich und schießt ins gesicht ist bescheuert so na na müsste ich jetzt zurückwerfen sollen bevor da irgendwas passiert bevor da irgendwas passiert eigentlich wer wow verdammtes nachladen so was komme ich denn da hin Wir sind ja Granaten. Wir leben. Wir leben. Granaten. Um die Ecke wartet nur noch einer. Interessant. Interessant. Kommen wir denn da rauf? Ewig langer Weg. Oh. Am Bunker direkt. Was ist ein unterirdischer Bunkergang? Sehr interessant. Ich habe jetzt nicht mit gerechnet. Na. Da. Nein. 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 Wieso? Okay. Jetzt geht es direkt den Bunkergang lang. Sollte Einfahrer sein. Ich mache das Ding in die Luft. Okay. So. Gegner. Die nicht aufpassen. Ist das eben ihre Schuld. Das ist voll. Hm. So. Granaten. So, dann gibt es hier leider nicht mehr so viel. Okay. Leben ist wohl verloren. Na, die hätte ich jetzt zurückwerfen können. Hier ist aber noch Leben, das ist schön praktisch. Hier ist noch einer. Okay. Hmm. Okay. So. Ja, natürlich hier findest du klug, aber hier bin ich bis erst so sicher und leben. Zumindest ein bisschen hatte ich da gefunden. Mal sehen, ob ich die da reinkriege. Das Büro. Habt das nicht gedacht. Ich bin auf jeden Fall da rein. Puh, gut gemacht. So. Ja, schön, dass ihr seid, aber auf den ersten Blick. Okay. Unglaublich. Okay. So. Dieses Gewehr. Ist so nervig, dass man es nicht nachladen kann. Okay. Du sollst aufpassen, verdammt nochmal. Okay, das war wirklich jetzt gerade nicht so ohne. Zum Glück ist hier hinten noch Leben. Und dann mache ich es auch gerade noch voll. Da habe ich mir nicht ganz so viele Gedanken zu machen. Okay. Na. Na. Was geht denn? Wow, 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 wow. Dieser blöden Schwachmaten. Zwei Lebensbalken verloren, nur weil der kaum nicht aus dem Weg gehen wollte. Schon echt Sachen. So. Das erste scheint überstanden zu sein. Und der zweite Raum. Ja. Also da brauchen wir echt Nerven. So, und ich klappe jetzt diesen ganzen blöden Turm nochmal nach Granaten ab. Um das zu regeln. Weil ohne Granaten ist das dann doch schon ein bisschen blöd. Oh ja. Mal leben. Hier oben nicht noch Granaten. Irgendwo. Ich glaube, unten im Keller gab es noch was an Granaten. So, die nicht jemand fallen gelassen hat. Aber leben drin. Aha. Hier sind Granaten. Was ist denn das? Was ist denn das? Achso, der... Oh, es waren da hinten noch Granaten. Man kann ja mal nachgucken. Es schadet ja nichts, aber... anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So. Dann jetzt. Was zum... Ist doch unglaublich. So, das ist ganz heimlich, still und leise. Der eine verpasst. Ich sammle noch ein bisschen Gewehrmunition ein. Noch ein bisschen. Kann ich nicht schaden. Okay, und hier waren noch Granaten. Stielhandgranaten gefunden. Alles klar. Und... Noch mehr Stielhandgranaten. Okay. Dann ziehen wir doch mal zu, dass wir das hier ohne größere Verluste schaffen. Wie wäre es, wenn ich... Hm. Krass. Dann könnte ich mit einem verwechseln. Noch mal. Hm. Hey, ich werde mich zurückziehen. Ich muss mal kurz... Hm. Hm. Sitzt einer. Hm. Verarschungsbesuch. Hm. Der Lerch in Deckung! Nicht schießen! Aufs mir zu sagen, was ich getan hab. Und das MD auszuschalten. Der Lerch in Deckung! Das ist der Effekt! Wuh! 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 Hm. Hm. Sonntag ist voll. Das ist doch immer schön. So. Und jetzt. Die Infanterie! Ich hol mir den Kerl rechts! Nein! Hm. Alles klar. Okay. Okay. Wo ist, wenn ich mich hier hin hocke? Zurück! Sammeln! Dann kann ich mich nicht treffen. Dann trefft er mich schon erst mal gar nicht. Oder die Waldfee. Oder die Waldfee. Oh. Oh. Nein. Uh. Hm. Hm. Verdammt. Wieso muss ich ausgerechnet jetzt nachladen? Puh. Moment. Das Sani-Zelt ist ja noch was. Hm. Gut. Auch wenn ich mich über Granaten jetzt mehr freuen würde. Könnte ich nämlich ein paar gebrauchen. So. Die Jungs sind im Raum drin. Wurde man dem nicht erschossen, was mich grad ein bisschen wundert. So. Oh. Nein, ich brauche keine Granate. Und zwar da rein und da hin. Dann soll ich weg. Hm. kleiner zu sein ich muss jetzt kurz mal ich mache einfach pause so ja